Hallo zusammen, das ist der Dario, ich bin Nadine. Wir machen beide die Lehre bei der InfoGuard als Informatiker, Fachrichtung, Plattformentwickler. Wir zeigen euch, unseren Berufsalltag kommt doch am besten mit. In der Lehre bei der InfoGuard bekommst du viele verschiedene Eindrücke. Als allererstes bist du am Service Desk und eine wichtige Ansprachsperson, wenn die Leute ein technisches Problem haben. Telefon abnehmen und Bestellungen wie Headsets, Ersatzlaptops und Tastaturen aufgeben, ist eine wichtige Arbeit bei unserem Service Desk. Das Aufschrauben von Notebooks, um defekte Teile wie Akku oder RAM auszuwechseln, gehört ebenfalls zum Aufgabenbereich am Service Desk. Die nächsten Lehrer kannst du in verschiedenen Abteilungen mitwirken, bevor gemeinsam entschieden wird, wo du dein letzter Lehrer verbringst. Unsere Praxiscoaches nehmen sich viel Zeit für dich, sodass du eine lehrliche und spannende Ausbildung hast. Das Team wird bei uns grossgeschrieben und du kannst bei uns viel Verantwortung übernehmen. Aktuell sind wir 16 Lernende in Profil Plattformentwicklung, Applikationsentwicklung und ICT-Fachfrauen und Männer. Viele von unseren Lernenden bleiben nach der Ausbildung bei der InfoGuard und spezialisieren sich weiter. Wir bei der InfoGuard machen die digitale Welt sicherer und auch wir Frauen haben ein grosses Talent als Informatikerinnen. So, und jetzt haben wir Feierabend. Und wenn euch der Einblick gefallen hat in der InfoGuard, dann bewirbt euch jetzt für die Schnuppertage oder direkt für eine Lehrstelle. Tschau zusammen.